So, da sind wir wieder. Hallo! Hallo! Abonniert Delay LP. War das jetzt so schlimm, Wannu? War das jetzt so schlimm? Ja. Okay. Ich hab mal ne ganze Runde mit gestört. Ich geh gleich noch auf Toilette und dann muss ich noch Soundcheck machen. Ich bin Detektiv! Ich halt jetzt kurz noch ein Video hoch. Dauert nur ne Stunde. Nein, das verarbeitet dann noch drei Stunden. Hallo Manuel. Weißt du, was ich bin? Sag ich mal vor allemal, ich bin ein Detektiv. Kannst du uns... Kannst du uns dann bitte nicht Bescheid sagen, aber trotzdem auch bitte schreiben? Ja, klar. Ich beobachte euch. Ich hab ein Auge auf euch. Weil ich ein Teleport hab. Oh, wie sinnvoll ey. Ja, ist doch super sinnvoll, Alter. Gibt's neue Waffen? Kann das sein? Ja, es gibt diese kleine Uhr, die wir für Felix eingebaut haben. Hab ich dich gefragt? Mit der man seine Freunde um ne Stunde vor sechsen kann. Kann man da nur als Traitor rein? Ich glaub, Summer ist Traitor. Summer hat sich selber zerquetscht, hä? Achso, wie ist der Fahrstuhl? Oh ne, oder? Rotpilch ist gestorben! Rotpilch ist gestorben! Oh Gott! Tade, 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 Tade? Ja? Bist du Traitor? Nein. Aber wie geht denn das hier unten? Oben ist mir halt der Fahrstuhl aufm Kopf gefahren. Ja, hier unten... Hey, wurde einfach zermatscht! Ach, beim Runterfahren? Ja! Hä? Sieht man auch bei euch. Ich leg die Leiche jetzt unten? Hey, kann das sein, dass Dario und Rotpilch Traitor sind? Okay. Okay. Hä? Ach, Modado ist auch noch. Ja, ich leb auch noch. Ich leb auch immer noch. Ich leb auch immer noch. Was hast du ne Waffe, Taddle? Ich glaub nicht, dass es Taddle ist, dann schätz ich Modado... Es ist Taddle! Es ist Taddle! Hä, wieso? Ich glaub, es ist... Weiß nicht, ich bin Detective, Mann! Bist du gerade runtergesprungen? Hä, ich guck mal, ich guck mir dann... Using your Detective Skills to identify the last person you saw Baba Taddle. Taddle, ja, Taddle ist auch... Nee, Taddle hat ne Leiche runtergeworfen. Taddle ist Traitor und lebt noch. Ja, sag ich doch. Hä? Aber ne, das war eigentlich ne dumme Begründung, warum ich glaube, dass er es war. Weil Rotpilch hat nen Headshot bekommen. Hat doch Fallschaden, ja, Taddle lebt noch. Wo ist der denn? Wahrscheinlich unten im Keller. Für Schüsse. Was für Keller? Achso. Jetzt weißt du aber schon mal, dass ich jetzt nicht bin. Aber es sind zwei Traitor, oder? Ja, ich schätz mal Modado und Taddle. Warum bist du's nicht? Oh! Ganz ruhig. Weil ich schon 60 HP durch den Traitor gerade verloren habe. Hä? Okay. Durch was? Durch ne Granate. Durch eine Wegschleidergranate. Und ich hätte die wohl kaum in mich selber reingeworfen. Wer ist das? Ich bin's. Maudado. Ja, und? Warum bist du kein Traitor? Warum bist du kein Traitor? Warum bist du es? Weil's Manu ist. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich habe gerade zwei Leute gesehen und... Maudado ist es auch nicht. Nein, nein, nein. Ah! Nicht töten! Hast du? Jaaa! Bist du gestorben, Taddle? Hä? Ohne Witz. Hä? Was ist denn? Ich bin mit dem Fahrstuhl einfach ganz normal runtergefahren. Dann stand der schon. Dann bin ich rausgelaufen und auf einmal fällt der einfach um. Oh, 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 oh. Jede, jede Runde. Ach. Ich habe ihn, glaube ich, hochgerufen. Oh, oh, oh. Ach so, deswegen würdest du... Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du gerade unten bist. Oh, 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 oh. Was denn? Weil ich mit Manuel unterwegs war, während Felix abgeschossen wurde. Aber das war Stil. Wer hat denn Felix geführtet? Ich? Ah. Gestern niemals. Seit wann wird einem als Detective sofort angezeigt, ohne Untersuchung, wen er zuletzt gesehen hat? War das schon immer so? Ja. Ich bin niemals. Die Möglichkeit. Ich kenne das Spiel mal gar nicht. Wie geht das Spiel hier? Äh, hier, hier. Hier muss man Blumen sammeln und wer die meisten Blumen am Ende hat, der hat gewonnen. Ich bin die Deathmatch. Ich bin die Deathmatch. Das wäre einfach so ein Deathmatch. Ich hab's immer nur als Deathmatch gespielt. Maudado ist wohl tot. Ist Maudado gestorben? Ich hab's schon reingehört. Ich weiß es nicht. Ich bin zusammen mit Maudado in den Fahrstuhl gelaufen. Ja, ja, ja. Ja, wirklich. Ja, aber es passen keine zwei Leute rein. Ist er tot? Ja, nein, ist er tot. Ich bin einfach reingelaufen und hab's gedrückt und dann ist er hinter mir verreckt. Ist er auf Fallschaden gestorben? Many of his bones are broken. Ja. Impact of the heavy. Er wurde wahrscheinlich zerdrückt. Ja, scheiße. Natürlich nicht. Ich bin Inno. Ich bin Inno. Äh, Tadl, bist ja echt Inno. Gehörter Tadl, Wolfitz. Der kommt jetzt gerade runtergefahren. Ist Tadli und Tadli. Ich weiß es echt nicht. Machen wir ein Wasserbegräbnis. Keiner beschuldigt mich. Nein! Rotpilz, wir müssen die Leiche zu dem Boot bringen. Ja, mach's doch nicht, sag's dann. Warte. Okay. Irgendwohin mit einem Strämpfer im Boot. Kommt mit. Stimmt, boah, ist das cool, Mann. Wir legen die Leiche jetzt auf dem Boot und schieben das Boot ins Wasser. Das ist echt richtig cool. Warte mal, warte, warte. Sind wir die Einzigen, die jetzt noch da sind? Ne, ich bin auch noch da. Ne, ich bin auch noch da. Ich will das jetzt machen. Aber ich bin die Tadli. Ich will's auch sehen. Achso, okay. Da ist ein Boot. Warte noch auf mich mit Beerdigung. Ich hab ihn so gut gekannt. Ich möchte dabei sein. Wo sind die Ding? Ach, da hinten. Boah, ist das cool, Mann. Oh, Mann. Nehmt euren Stab und schiebt! Nehmt eure Stäbe und schiebt mit! Okay. Maudado, es war eine schöne Zeit mit dir. Hey! Rotpilz hat das Boot umgedreht. Aber jeder weiß, irgendwann, irgendwann muss alles zu Ende gehen. Ah, ey! Ich hol das Boot zurück. Der Nebel des Vergessens. Wo ist die Leiche? Der Nebel des... Da. Maudado, kommt schon. Nein! Nein! Wer war das? Wer war das? Okay. Nein! Töte Tadli! Töte Tadli! Töte Tadli! Töte Tadli! Und? Guck rein! Guck rein! Oh nein, er war innocent! Alter! Wow! 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 Der hat da kam! Nein! Ihr Bein seid's! Ihr Bein seid's! Ihr Bein seid's! Ruppets und... Ich bin tot! Oh, Mann! Das war so schön, wie er mich beerdigt hat! Oh Gott! Maudado! Das war das Ende der Welt zu! Er vergleicht dieses Ende runter! Oh Gott! Ich falle über... Über den... Über den Kante! Zombie, was machst du da in diesem Teil? Wie einfach alle direkt am Tadli gegangen sind! Ja! Du hast doch die Beerdigung sabotiert! Verdient! Verdient! Missgeburt! Hä? Ich hab das Boot doch kaputt gemacht! Echt? Oh! Ja! Mit Maudados Leiche hab ich's kaputt geschlagen! Was? Tadli! Ich wollte ihn nicht töten! Ich schon! Vielleicht? Warum? Ja! Weiß nicht! Einfach so! Weil ich dachte... Witzig! 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 Hahaha! Heute kommt Nikolaus Abend! Ja! Pfff! Lustig! Lustig! Witzig! Aua! Aua! Heute ist Nikolaus Abend da! Echt? Ja! Aber bald! 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 Tadli! Na! Der ist echt gefährlich! Sag mal Spaß! Ja! Der ist echt super gefährlich! Ich hör dich mit der Kruber! Und der ist Hesse! Er landet ihn in Ruhe! Der ist bestimmt nicht tief geprüft! Nein! Ich hör dich mit der Ober! Ich hab mit Kruber! Ich bin hier bei Rundpilz! Mit Kruber! Und er sagt einfach gar nichts dazu, wenn sie mit der Kruber geschlagen haben! Stimmt, dass du schon hört! Hallo! Ich bin noch Held! Das hab ich eingestellt! Das seh ich jetzt in meiner Lebensleiste! Da steht jetzt Healthy! Geh weg! Stay with me! Okay! Bist du oben? Ja! An top of the Leuchtturm! Okay! I'm coming hoch with the elevator! If I don't say anything anymore, then I'm dead! Please hold your Fresse, bitte! Ja, bitte! Halt deinen Mund! Hi! Hallo! Please hang yourself! Please hold your Gurschen! Ich verfolge die ganze Zeit da hier! Rotpilz will ich umbringen! Ich verfolge die ganze Zeit den Tade! Nein! Nein! Warum hast du da eine Diskombulator hingeworfen? Ja! Da mögen wir eine hingeworfen! In der Hand! Die ist schön! Ja, eine Diskombulator! Ja, das kann man immer schön sehen! Nein! Und jetzt explodiert das Boot nicht! Aber der Tadell fliegt weg! Lalalalalala! 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 Wow! Nein! Manu! Tadell hat geschossen! Nein! Ich wurde angeschossen! Tadell war es nicht! Ich wurde von oben irgendwo angeschossen! Aus dem Haus oben! Ja! Okay! Da ist Zombie gewesen! Direkt bei dem Haus! Und hat rumgeschlichen! Dario! Dario ist kein Traitor! Bei Tal weiß er jetzt nicht! Also ich würd Zombie verdächtigen! Weil der ist hinter dem Haus grad rumgeschlichen! Da oben! Aber ich hab ne Farmers von da! Da oben ist Rotpilz! Der ist Detective! Wo ist... Okay! Zombie sagt ihr! Ja! Also der hat grad hinter dem Haus da! Warte ich schieß in die Richtung! Bei dem Haus! Welches Haus? Er ist bei mir! Er unterschieß auf mich! Ja! Okay! Und ich bin so gut wie verloren wenn er auf mich schießt! Hä? Und ich hab nicht getroffen! Er hat mich getötet! Er hat mich getötet! Er hat mich getötet! Ich bin schonmal auch kein Traitor! Ich bin schonmal auch kein Traitor! Ich auch nicht! Weil ich ihn auch richtig tue! Also hey! Ich hab doch gesagt! Er ist da! Er schießt! Er schießt! Jaaa! 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 Wenn ich auskrieg! Okay! Okay! Er schießt! Er schießt! Er schießt! Er schießt! Wo ist der? Wo ist der? Hallo! 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 Der Mero hier! Hallo! Was sind denn mal die so Spezialisten die so ein Wort sagen man? Redet mal ein bisschen! Hi! Hey! Hey Leute! Ah Leute! Mittlerweile ich schaff's eh nicht das richtig anzupassen! Deswegen lass ich's einfach von Anfang an! Sparen wir schöne Arbeit! Ich hab eh die Hoffnung aufgegeben! Wenn ich alle gleich laut höre in der Aufnahme ist immer irgendwer leiser oder lauter als der Rest! Timbel! Ja ich hab... Ich merk mir einfach immer! Zombie! Minus 20! Alle anderen plus 5! Ja stimmt! Dann ist ungefähr okay! Ich weiß nicht was mein Mikro hat! Sorry! Don't hate me! Ich bin übrigens... Sorry die Trauer! Hura Hass einfach empfinde ich jetzt! Weil ich das so bestellen muss! Ich bin übrigens der sogenannte Herr Detektiv! Oh! Ich bin ein Tigerstalter! Peter! Es ist Fake Detektiv! Tötet sofort Dario! Fake Detektiv! Ja! Hä? Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Man kann keine Objekte in den Fahrstuhl reinlegen! Ja das war beim anderen Fahrstuhl auch so! Also bei dieser Flugzeugmap zumindest! Oh ja lecker! Oh der ist sehr süß! Hallo! 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 Du könntest ihn eigentlich von oben runterfallen lassen wenn jemand unten drin ist und dann fällt es durch und tötet ihn! Ja! Wollte ich ja! Piscumulator! Ich fahr mit meinem... Hallo... Wer wird drunter! Ich würde einen damit treffen. Jetzt ist es nicht mehr mein Fahrrad. Jetzt ist es meins. Hallo. Maudato hat auf mich geschossen. Der Noob hat es nicht geschafft, mich zu töten. Maudato ist es? Oben auf dem Leuchtturm. Ich fahre gerade mit dem Fahrstuhl runter. Er hat es einfach nicht geschafft, mich zu töten. Sei etwas netter zu einem. Ich bin fast tot. Ja, und? Ich bin sehr gut versteckt. Der Detective befiehlt euch, dass wir jetzt den Leuchtturm hochgehen und Maudato töten. Er ist oben auf dem Fahrstuhl drauf. Ich fahre mal nach oben. Er kommt dann an den... Nein! Nein! Woher musstest du das? Woher musstest du das? Ich höre seine Beine durch die Ecke durchglitschen. Wohin muss er denn? Im Fahrstuhl oben drauf. Ist es Manu, oder? Nein! Ich habe mich geschossen, Manu. Ich habe da gerade reingeballert. Ja, aber ich habe doch... Hä? Du hast aber auch mir Schaden gemacht. Wo ist denn jetzt Maudato? Ja, tot. Tot. Sehst du dieses ganze Blut? Ja, aber ich habe es an die Gruppe gemacht. LOL! LOL! Also der hängt da einfach an der Decke. Was ist passiert? Er ist einfach gestorben. Er ist einfach... Hä? Er ist einfach... Wieso ist er gestorben? Warte, warte, warte. Wieso ist er gestorben? Ist Tuddel schon tot? Wieso ist er gestorben? Nein, weiß ich nicht. Geh hoch. Nein, Tuddel habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein Discount. Wow! Ja, geil. Ich wollte euch runterschubsen. Ich bin Detective, ich darf das. Ich wollte euch aussortieren. Ihr verdorbenes Puck. Einer von euch ist der Traitor und ich wollte beide töten. Ja, oder Tuddel. Nee, nee, ich bin's. Sag ich doch. Du hast eben auch nicht aus Versehen... Nee, habe ich auch nicht. Ich habe Tadermann in der Runde geguckt. Woher wusstest du, dass ich auf dem Fallstuhl bin? Ohne Böse. Hä? Ich habe deine Beine durchglitscht. Achso. Das ist das Klamm.